Wie nutze ich die Binance Smart Chain auf der MetaMask Wallet? Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei der Kryptoeule. Ihr kennt alle die MetaMask Browser Wallet und wollt diese nun über die Binance Smart Chain nutzen, so dass ihr auf PancakeSwap und so weiter verschiedenste Token einlesen könnt. Dafür müsst ihr etwas umstellen. Das geht dann so und zwar, ihr seht hier die MetaMask Wallet. Wie ihr auf diese Ansicht kommt, ist ganz einfach, indem ihr einfach hier oben auf die drei Punkte und Ansicht erweitern und schon kommt ihr auf diese erweiterte Ansicht. Dann habt ihr hier oben verschiedene Auswahl, welche Blockchain ihr benutzen wollt und wir wollen in diesem Fall mal die Binance Smart Chain benutzen. Dafür müssen wir diese Sachen eingeben. Wie das Ganze funktioniert, ist ganz einfach, indem ihr hier oben auf spezieller RPC geht und schon gebt ihr genau diese Sachen ein, die ihr hier seht. Ganz einfach, ihr findet diese Sachen alle in der Beschreibung und dann könnt ihr auch schon loslegen und auf der Binance Smart Chain, sobald ihr etwas eingezahlt habt, könnt ihr dann die Binance Smart Chain nutzen. Und dann werden die Grüce gehen. Bis zum nächsten Mal. �